Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass die Waffen einfach so auseinandergebaut wurden und dann irgendwo verstreut wurden. Monsieur? Ja, das war nicht schlauend. Ah, weißt du was? Kommt. Oh, schön, dass sie einfach so in der Händen kippen und mich irgendwie so ein bisschen die Trampe runter. Und dürfte es jetzt nicht mehr aufstehen. Oh, schön liegen hier. Äh, ein bisschen Gras dabei. Alter, hab jetzt mich verharscht. Entfernablosrohr hier. Lass mich raten. Ja. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Äh, dann gucke ich natürlich nochmal ab da. Irgendwas ist. Granate. Soll ich die denn kombinieren mit dem? Ich weiß schon mal nichts. Da müssen wir dann einfach nicht hinhaben. Aber... Geht so nicht. Nicht. Oh, zack. Ja. Das ist jetzt natürlich doof. Ne? Ja, was nehmen wir? Weil wenn es so ist wie bei diesen Hebelbühnen denkst, dann geht das Ding jetzt rein und dann war es das. Wann nochmal kurz gucken. Wo ist denn hier lang? Arbeitsraum aufzug. Ich kann entweder da rein oder hier rein. Ich hab ja gesp... Ich hab ja gesp... Ich hab ja gesp... Es sei denn, ich komm da jetzt doch nicht lang. Guck mal. So ich jetzt verabschieden oder was? Ah. Guck mir mal mein Messer wieder, du Penner. Sieh. Ich komm hier nicht weiter, dann muss ich natürlich da hin. Aber ich denke mal, ich komm hier weiter. Und du mal wieder zurück. Das ist der Hölle! Was ist das? Hat mir nicht das hindert, mich jetzt da dann vorbeizukommen. Komm sup? Das ist der Hölle! Ich bin nach jemandem. Ich bin nach jemandem. Dann habe ich dir kurz raus. Es ist ein Gesichter. Ich bin nach jemandem. Oh mein Gott. Ich bin nach jemandem. Wie schmeckt das? Ah wie schmeckt das? Eins auf Okay Nimm mich Halt sie hab ich das jetzt ich hab's noch alles klar ja gut dann ist ja alles aber erstmal nachladen wir haben nachgeladen nichts hochleistungsmunitionen der 60 nehmen wir mit auch wenn wir die nicht noch nicht zusammenbauen können geht dann noch ein bisschen da noch auf garantiert wir sind auch nicht so viel nimm die nimm die lange nimm den ok noch eine zweite tüche legen wir auch noch eine Kannst du hier nicht sehen? Kannst du auch die Tür öffnen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Da sollte ich jetzt mal ganz schnell... Sag mir nicht, die anderen sind nicht tot. Also, bekannte ich. Das war eine Granate des Feinsten Kalibers und die sind nicht tot. Also, bitte. Ja. Warte, bitte. Oh, ey. Und wir haben schon mal ein Elektron-Teil. Ganzhaft. Ja, komm. Mit rum. Zehn Stück. Bisschen, haben wir nicht. Ich bin da jemand. Nichts. Warte. Warte, bitte. Das ist aber nicht, dass du irgendwie... Der steht doch noch garantiert auf, ey. Garantiert steht er auf. Oder auch nicht. Okay. Hey, was ist hier denn passiert? Okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr, sehr interessant. Da sind die gerade Plötter. Ich weiß, wo nicht sie oben drin sind. Ah, das ist... Das ist... Ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal. Ja, Musik. Du kannst auch aufhören. Okay. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Huhuhuhu. Wollen wir nicht lang. Da haben wir uns wieder die Taschenlampern, ne? Noch eine nur. Deshalb räume ich nicht wirklich hier. Ist jetzt nicht von der anderen Seite. Da muss ich jetzt wieder durchkommen. Ja, wo können wir nicht durch? Ja, wir müssen schon da durch. Ist er runter? Nein! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir sind wieder hier. Hoch mal wieder in den Umzug. Hoch. Dann bleiben wir wieder oben wieder. Und jetzt holen wir den Rest. Einmal... Rüte, rüte. Rück. Immer... ...rück. Wir müssen ja schon tot sein. Deswegen bräuchte eigentlich gar nicht so Gucke. Irgendwann ist es nicht. Was ist denn denn? Wir müssen... Wo wir hier... ...hier... ...müsten... ...das geht nicht weiter mit was? Wir müssen mal gucken. Wenn wir uns ansehen. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Nein, ich bin jetzt in Rom die Typische und ich weiß nicht was. Aber ich bin jetzt in Rom die Typisch und ich... Dann gehen jetzt einfach trotzdem mal in meinem... ... das ist ein Schmetzweg oder einer der Künzsten Wege. Das ist doch so! Ich habe eine große Strecke! Das ist ein wenig zu spüren. Der ist so großartig. Dann machen wir einen kleinen, in die Küche. wir nehmen da mal lieber inkarnate mit, das werden wir gleich los, das werden wir gleich verstaunen wir, das können wir auch mal verstaunen, weil wir nichts fertig ist schießen immer machen wir mal zwei das messer haben wir, das haben wir einmal das kombinieren mit dem ansonsten so wir haben jetzt den turm was war denn da nochmal ich bin mir sicher das turm und springen an derselben wand und springen an derselben wand sind also da und läufer und dame nicht nebeneinander dame und turm liegen sich gegenüber an derselben wand muss der turm auch natürlich jetzt noch zwei stück und dann gucken wir uns natürlich mal die kassette an das messer können wir auch noch mal verstauen das brauchen wir nicht jetzt tippen tippen k 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 Oh, 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 oh.